Junge, Junge, das war ein Ding, Fighter 1, 3 und 7 war bei mir dabei. Ja, herzlich willkommen bei Y-Gorilla. Ich mache ein Review auf Fighter 1, jetzt. Ja, das kommt gut. Wow, das kommt ziemlich gut. Da habe ich ziemlich Zug. Oh, ich muss mit ein bisschen bremsen. Da komme ich ganz schnell. Und es tut von unten. Jetzt gebe ich Vollgang. Ja! Ja! Mann, oh Mann, wie er dieses Bachbett runtergeschlittelt ist. Fast 100 Meter. Hat riesig Spaß gemacht und jetzt Fighter 3. Y-Gorilla, I think it's okay, you see. It lift me up. Yeah! Maybe it destroy the back. Maybe. Oh. Now it's... Wow. Yeah! Ja, Wahnsinn, was Fighter 3 da hochgebunden hat in den Baum. Genial warst auch du dabei. Und zum Abschluss noch ein Review von Fighter 7. Y-Gorilla, du musst es nicht nur da haben, du musst es eben auch da haben. Dieses Bachbett war völlig bedäppert. Ich atme nochmals gut durch die Y-Gorilla. Und go! Und das war Fighter 7. Ja, genialen Fluss hast du ausgesucht, Fighter 7. 3 Punkte, schaffst du mehr? Da kann jeder mitmachen bei den 10 Waterfights. Die nächsten 3 Wochen geht's weiter mit Waterfight 8, Waterfight 9 und Waterfight 10. Das sind die 3 Jokos. Ja, mir macht's riesig Spass. Hoffe, du bist dabei. Bis bald. Euer White Gorilla.